ja das schwarzes ja das hast du nicht gesehen kriegen alles mit aber jetzt nicht die Zaubezauber hier wir sind aber schon aus hier oder? Ja, haben wir die eine Folge von der tollen Karte oder nicht? ja ja genau aber geil ist das hier auf dieser stelle echt zwei äh Tankstellen sind, ne? ja das ist neu, das ist nicht oft ja wollte ich grad sagen, das hat man selten ansonsten fährt man halt so weit bis der Hördertank leer ist oh Julian mir auch noch nicht diese Kinder fahrt nie drei Haxe guck mal Julian ich leuchte dir heim obwohl die ja schon irgendwie schön aussehen äh äh ähh na 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 ne, die sehen voll scheiße aus aber sowas dieb ist siao aber sowas sie sehen einfach scheiße aus Oh, das sind Geschwindigkeitstafeln, oh, das sind Geschwindigkeitstafeln, oh. Oder wie Karneval wieder gesungen wird. Karneval wird wieder gesungen. Geh mal Bier holen. Du wirst schon wieder Julian. Du wirst schon ähnstlich. Ein, zwei Bier. Und du bist wieder Mayo. Ja, 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 Mayo, jetzt nimm dich mal nicht an, das will gut aussehen. Nee, das tue ich nicht. Oh, das sind Pferde. Scherze. Sauerbraten. Oh, da kommt gleich eine Kreuzung. Oh Gott. Julian, du hast doch, du hast doch, äh, brennbares geladen, ne? Ja. Fahr doch mal rein, dann ist der, Mann, ich wollte gerade sagen, fahr doch mal rein, dann ist der Sauerbraten direkt durch. Ah, guck mal, hier sind die Pfeile auch richtig, ne? Auf der Straße angebracht. Ja. Pfeile. Ja, nicht so wie, äh, woanders, wo Spanisch ist, aber Deutsche, ja. Ach so, ach so. Das ist ja sogar so durchsichtige, durchsichtige. Aber, aber, Carsten, Carsten, hier, die Karte wurde auch von jemandem gebaut, der Ahnung davon hat. Ach so, ja, das muss man dazu sagen, ne? Mayo, bleibst du da? Ja. Mayo, nein, nein. Mayo, Mayo, spiel jetzt nicht den Staubsauger hier. Mayo, 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 sitz, Mayo, mir platzt langsam der Geduldsfaden hier. Mayo, Mayo. Du musst es voll trocken so. Nein, jetzt, nein, jetzt reicht mir, aber Mayo, jetzt reicht mir, aber Mayo, jetzt reicht mir, aber jetzt. Die kam jetzt aber echt arg schnell, fand ich. Du hast ne Bremse. Bitte was? Wo müssen wir denn lang jetzt? Ja, ich war jetzt ein bisschen, äh, überrascht. Die kam arg schnell. Äh, nee, das geht so nicht, äh, Julian. Watt denn? Majo Wo müssen wir denn jetzt hin? Du bist ein kleines Arschgülle Ja wie hoch? Geradeaus hoch? Ne, den Bash hoch Lass mich hier Auf die Autobahn hoch Majo, fahr weg Rechts oder links? Bist du bescheuert? Du fährst doch nicht links auf die Autobahn Ach, da hoch? Ja, genau da, wo mein LKW hinzeigt Da, wo mein LKW hinzeigt Carsten, warum knallst du denn da rein? Julian, du bist übrigens Ey, was ist denn mit euch heute los? Der Carsten ist überrascht, die kommt schnell Carsten knallt da rein Ich bin auch mit Toulouse, oder nicht? You've got nothing to lose Also hier kommt jetzt eine Mautstelle, kann das sein? Ja, kann sein Ja, ich gucke mal eben FLE, weil das wäre ein bisschen weiter aus Dann müssten wir ein bisschen anders fahren Nee, wir sind mitten in Toulouse Ja, okay, dann passt das Da war die Da war die Schranke zu langsam Der war ja mal Geräusch, ey Ja, was kann ich denn dafür, dass die blöde Schranke zu langsam ist? Die hat schnell aufzugehen Ich wollte gerade sagen Hab ich dem Carsten vorher auch erklärt Ja, das hat er mir auch erklärt Moment, ich will mir das auch gerade mal auf der Karte markieren, ja? Ih, der Mario setzt Markierungen Also Toulouse Im Zentrum von Toulouse Da haben wir ein Römerpark In the town Wer hat was bauen? Hilft der, man? Wenn ich jetzt mal direkt Toulouse finde Wenn ich das erste Mal beim Yoshi im Video gesehen habe Da habe ich ihn echt auch auf den Boden gelegen Voll lachen Da unten ist Toulouse Wie der so eiskalt anfängt in the town Wer aber was boah Und welche Firma ist das die Firma unten bei der Werkstatt in Toulouse? Ich habe das Gefühl, dass... Trau da auch Trau da auch Trau da auch Wie das so trockene Kommentare ganz gut ankommen Trau da auch Du meinst zum Beispiel der Kommentar, wo der James sich schon umgeschossen hat und du einfach nur Hast ja Toulouse So was so ist mit dem Splay, das fand ich eigentlich auch ganz... Inseltaugen Ja Seid ihr einfach... Oh mein Spiel ruckelt Seid ihr wieder einfach... Seid ihr wieder einfach weiter gefahren Ach ja, sind wir Ja, mein Spiel ruckelt immer noch Das geht jetzt nicht so schnell wie bei Carsten Halt mal ein bisschen Karte frei Seid ihr abgefahren oder so? Ne, hier hinten auf die... Auf die Raststätte ein bisschen Okay To show the card Because of the... To show the card ...es Ding hier und so Ja Uuuuuh Uuuuh 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 Das muss so Also mit meiner Beleuchtung erhelle ich irgendwie den Nachthimmel, man dürfte mich sehen Wenigstens seine Beleuchtung helle Uuuuh 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 Böse, böse Ach, F war ja gar nicht fernlicht Scheiße Warte, ich hab jetzt den Warnblicke Hahahaha Boah, ist da traurig Das ist aber schlimm Das ist nämlich die Türen aufmachen Alter, das ist jetzt echt ein Drama Wie zu schlackern und den Türen erlang fahren Ist ein Drama Ne, wegen Tee und Türen aufmachen Achso Ne Alter, du bist aber ganz schön hell Mario, 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 es gab ein Update Jaja, ich weiß, drück mal Tee, ne? Tee, kannst du jetzt die Türen aufmachen Jaja Deine... Deine Mutter macht mit Tee die Türen auf Mhm, ne Tüte Die benutzt die Klinke, aber ist okay Aha Welche, 3,5? Äh, ne Äh, 5,5 5,5 war Klinke Hahaha Besser nem guten Audio-Interface Die Musiker-Klinke Boah, ihr seid schon so weit vorgefahren hier Ey, kann es sein, dass die Straße hier nicht auf der Karte auftaucht? Sag mal, bin ich jetzt ganz vorne oder so? Ja, die ist ein bisschen abseits Die ist irgendwie nicht... ne, die gibt es gar nicht Hammer sagt, bin ich jetzt ganz vorne oder so? Ja, minimal Ich bin jetzt an der Tanke, an der Rastetanke da vorbei Rastetanke? Ja, was denn? Es gibt ne Raste und ne Tanke Ja sowohl als auch Ah, guck mal, da vorne steht irgendein LKW oder fährt gerade so Der nix geladen hat, das ist Josch Der Josch hat ne Flach Ja, ich seh das nur nicht, weil ich das Schwerlastding-Scheißdrecks da nicht hab So Das war der Carsten, das war der Josch Das Schwerlastding-Scheißdrecks gedöhnt Ey, hast du was gegen das High Cargo Power Pack gesagt? Nein Mario, mein Pferd nie übern Standstreifen Hahaha Wer ist aber auch nicht der Junge Und macht die scheiß Funzel aus Nein, die bleibt an Ja, das hat die auch, also ich find das eigentlich ganz dekorativ davon Ja, ne? Du musst ja wissen, wo es lang geht, Julian Aber du bist doch kein Facecar Hahaha Na klar Du kannst gar nicht mehr, dass die überhaupt hochlädst, wenn alles schwarz ist Hahaha Macht so schwupps Ja Aber Josch, du bist doch bei deinem Livestream auch im Dunkeln gefahren Außerdem ist es Weihnachten, ja? Es gibt aber auch noch einen Weihnachtstream der vor einem Jahr Und guck mal, wir haben Weihnachten und wir haben keine Lichterketten Also machen Carsten und ich hier die rundum leuchte an für ein bisschen Feeling Weihnachtstream war da fast Es gibt ein Weihnachtssieben am 23. Ey, so viel Zeit hast du Cool Finde ich lustig Du musst da nicht noch Geschenke einpacken Finde ich toll, wenn die Aber ich hatte keine Zeit, eine Weihnachtsfolge zu drehen Das war so cool Wenn die Leute hier die Wenn du das sagst, dann guck ich da vorbei Wenn die Leute hier die Folge sind, ist der Stream längst vorbei Und dann ziehen schon wieder alle drüber her Hättest du mal früher sagen können Bei Josch Streams zieht auch keiner mehr Nee, guckt aber auch keiner Nein Nööööö 200 Leute guckt keiner Ja, 200 von 7000, ne? Ich glaube das meinte Josch da mit keiner Also Leute, guckt Josch streamen Das ist normal Das ist normal, du hast nicht so viele Zuschauer wie Abonnenten Wenn ihr die 1000 Zuschauer knackt, dann schickt der Josch ne signierte Boxer-Shorts. Nee, ich schick nur signierte Posi-Karte dagegen drum. Ihr sagt, wenn ihr irgendwo abfahrt, ne? Ja, ja. James hat seine Posi-Karte bekommen, hat er letztens gesagt. Gut, dass er das euch gesagt hat. Und nicht dem, der bangt darum, dass er nicht angekommen ist. Das ist gut. Die ist angekommen. Ich will auch ne Posi-Karte. Na, die gibt es das nächste Mal, wenn ich euch, keine Ahnung, in das Badisch Brauhaus einnade, wenn ich Geburtstag habe. Ah, Badisch Brauhaus. Badisch Brauhaus, ja, doch mach ich mit. Abfahren. Hä, ich bin gerade erst bei der Mautstelle. Ja, hinter der Mautstelle, obfahren. Also irgendwie... Ach, da kommt tatsächlich ne Straße runter. Interessant. Ich hab ab dem 30.01. hoffentlich alle Prüfungen rum. Und hoffentlich auch bestanden. Ich bin 23. und 25. und 27. und 30. und, äh... Autsch. Wenn ich die alle bestanden habe, dann, ähm, ist das gut. Dann gibt's Party. Party! Dann gibt's Party. Josh kommt mir verdächtig nah. Die wird dann wieder häss. Was ist mit, Josh? Ja, du kamst mir nur verdächtig nah, aber ich habe gut reagiert. Hast du was dagegen, wenn der Josh dir nahe kommt? Naja, das kommt drauf an. Krieg ich ne signierte Boxershort? Ja, worauf denn? Seid ihr nochmal abgefahren? Ja. Ja, da, ich bin gerade über dir. Also wer du die gerade trägst, signier ich die dir nicht. Nein, nein, nein. Ich will ja ne signierte von dir dann. Also, nicht von mir. Hast du denn diese getragene Unterwäsche von Schnabi oder was? Ja, nehm ich auch. Schnabis Unterwäsche? Oder ein Foto, ein Foto von Schnabi in, in, in Reizwäsche. So. Baaah. Was denn? Du bist versaut. Ach, wir sind schon in Toulouse. Ja, wir sind doch schon in Toulouse. We've got nothing to lose. In Toulouse. Bei den Schlüpfen gab es mal einen, der hieß Toulousey. Das war ein Künstler. Mhm. Fun Fact. Ui, ui, ui. Entschuldigung. Fun Fact. Das ist ne regelmäßige BTS Let's Play. Ja. Kommen wir nun zur Kategorie Majos Fun Fact. Ja, müssen wir aber demnächst, müssen wir da, äh, vorher so Fun 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 Fun! So ein Fact. Hat jemand so ein Audio-Ding mit, dass er das irgendwie in TeamSpeak einspeisen kann? Ich kann nur ganz langsam fahren. Warum? Weil wir in der Stadt sind. Weil wir in der Stadt sind. Schauen an der Firma. Sie haben eine Arbeitsagentur entdeckt. Das ist ja cool. Ist toll, Mario. Hat was, ne? Oh. Total. So, wenn wir dich nicht hätten. Ich geh mal, bring mich Werkstatt, ne? Ja komm, wir machen mal Mittel. Mach mal Mittel, Karsten. Ja, das dauert jetzt wieder so lange und so und jetzt fährt der Bäcker wenig. Mach Mittel wegen Maussteuerung. Ich hänge auch garantiert irgendwas da dran. Ja, leuchte mir mal den Weg. Ey, willst du irgendwo hin? Ja, zur Werkstatt, bitte. Willst du hier durch? Ja, bitte. Oh, da war ich zu schnell. Pech gehabt. So, absatteln. So, absatteln. So, absatteln. Oh, ich könnte jetzt wieder bis zur nächsten Stadt nach Montpellier. Ach, ne. Dann fahren wir aber, dann fahren wir aber, aber, aber straßenfrei. Genau. Das machen wir dann. Ihr seid da doch genauso geil drauf. Ja, ja, total. Gebt es doch einfach zu. Oh, 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 oh. Oh, straßenfrei geschaltet. So, ich kauf mir jetzt erstmal hier die Werkstatt. Ja, dann krieg ich nämlich... Du kaufst dir die Werkstatt? Ich kauf mir die Werkstatt. Du meinst die Garage? Ja, sag ich doch. Garage. Le Garage. Du sagst ja auch nicht Blamasch. Oder Le Gar-Arsch. Ja, das ist dann, wenn ein Schinken schön... Ja, genau. Le Gar-Arsch. Wenn ein Schinken gekocht. Gekocht das Schinken. Schatz, kaufst du... Schatz, bring bitte vom Einkaufen einen Le Gar-Arsch mit. Was? Einen Schinken. Kochschinken. Le Gar-Arsch. Einen vorzüglichen Hinterschinken. Also, wenn uns Franzosen zugucken, danach nicht mehr. Die haben schon bei der Anmod abgeschaltet. Ich glaube... Es gibt vielleicht noch so ein paar Hartgesottene. Also, jetzt Marseille. Hart. So, Wartung. Marseille, wo hab ich... Ich muss nur hier rein. Ich wende nur. Jöne, sein Trailer sieht aber cool von innen aus. Cool, ne? Der ist sogar ausmodelliert. Cool. Und der hat auf der anderen Seite sogar... Wo musst du denn hin nach Marseille? Ich muss... Ich glaube, also... Ich weiß nicht, ob es das da gibt. Ich muss nur kurz gucken. Ich glaube, ja. Williams Transport. Das ist da... Einmal eine kurze Karteangabe, wo ich finde, Marseille schnell. Williams Transport. Innenstadt links. Ist das... Ist das Innenstadt? Ich muss vorher. Wilnet. Ja, wo musst du denn? Wilnet. Ich muss vor dieser... Das ist die BHB. Genau. Cool. Dann fahren wir auch mal hin. Wo ist denn die BHB? Das ist diese extra Seitenstraße vor Marseille. Mit Mit Seiten schnell. Genau. Ach da. Ja. Da muss ich hin. Also da hin und dann... Was? Wer muss jetzt wohin? Da hin. Erstmal BHB. Ey, Alter, warum macht der... Achso. Der macht das falsch rum. Interessant. Aui. BHB? Das ist doch schon am Kartenende von Marseille da unten. Da geht es gar nicht weiter, ne? Aui. Ja, da müssen wir drüber hin. Ja. Da ist dann die Steilküste. Ja, und du musst... Und du musst wohin, Julian? Da muss ich hin. Und der Josch, der muss in die Innenstadt von Marseille. Zu... Können wir jetzt mal los hier. Zu hin in die Innenstadt? Das ist egal. Das stellt ihr euch alle so einfach vor mit dem Losfahren. Ja. Das ist anspruchsvoller, als wie man denkt. Als wie wenn man... Du musst in die Innenstadt... Ich mach einfach mal bei Innenstadt, mach ich einfach mal Werkstatt da. Ja.